Oh, hallo, hallo. Suche in den Höhlen nach Grauer Wolf. Ich glaube, wir springen hier besser nicht runter. Holy shit, das wird sicher ein epischer Kampf werden gegen den. Oh, fuck, ich konnte nicht richtig zählen, weil er mich angeschossen hat. Boah, wie das Blutspritzt. Oh, oh, oh shit, ich wäre fast runtergefallen. Und manchmal scheint die Sonne hier irgendwie noch rein. Hell yeah, Headshot nach Headshot. Die kriegen wir alle. Ja, die Toten greifen mir wahrscheinlich nicht so schnell an. Oh, damn it. Perfekt. Oh, shit. Stecken sich nur mehr Idioten ein, sag. Ich dachte schon, dass ich dir noch vor mir bin, da. Perfekt. Oh, shit. How come you know so much about Engines? A few years back, I was married to two Mescalero women. At the same time? Yeah, they were sisters. Religion is traditional among the Mescalero. So what happened? Oh, I had to get out of there. Those girls never shut up. Both of them nagging at me all the time. Drove me half crazy. Haven't seen them since. I came upon this flooded grotto, and that's when I saw him. He came to me unarmed and unafraid. His voice echoed in the shadows. And I sensed, he meant me no harm. You carry great darkness in your heart. And if you do not release it, it will claim your soul. The sound of his voice puts some kind of ancient indian spell on me. Das heißt, wir können uns nicht bewegen. What the... You will come to this place again, and kill many more men, and the darkness will grow until it consumes everything in the world. The soul would have no arraignment if the eye had no tears. He said I was a great warrior. A howdy, man. You're unequaled by any other pale-faced warrior. Or something like that. Boah, there's no more filler. Okay, verstecken wir uns hinter den Steinen. Boah, wir leben so viele. Man, coño, man. Unequaled by any other pale-faced warrior. Or something like that. The snakes will bite shadows of your past until a venom poisons your heart and an echo of the song of the then sunies the spirits deep from within the mountains. I didn't quite get what he was saying, but there was definitely snaaks. Domini. Oh, fuck. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, genau jetzt kommt der letzte Schuss. Und ich kann ihn nicht mal wegdrehen. Okay, dann kommt, dann kommt, dann kommt. Perfekt. Genau darauf habe ich gewartet. Läufer. Ja, desto schneller, wie wir die erledigen, desto besser. Holy fuck, da kommen viele. Zu viele. Ja, ne, ist klar. Wir hätten nur einfach da hochklettern können. So hoch ist das irgendwie nicht. Neh, noch ein bisschen die Munition hier so mit. Raus hier, raus hier, raus hier. Oh, shit. Overlooking a thundering whitewater river. To get where I was going required several leaps of faith. But no way in hell I was turned around. Let me toss. I love plays. I love plays. I love plays. I love plays. Mumbo jumbo is right. Are you making this all up as you go? A few details may be fuzzy, brother. Oh, ich brauch mein Gewehr. Das soll in unserer Weilen. Der Typ, der rennt wahrscheinlich schon wieder blitz. Toll, da vorne ist er stehen geblieben. Hey, der wartet auf uns. Fertig, nett. Ah, auf einmal. Okay, überlebe den Hinterhalt. Shotgun wäre hier nicht schlecht. Holy shit. Wir müssen schnell reagieren. Und immer blitzschnell nachladen. Boah, der hat einen mitbekommen. Der Schläger? Sollen wir auch mal ausnutzen? Okay, wenigstens treffen die mich nicht kontinuierlich. Okay, vielleicht kommt sogar noch ein Läufer hier am Boden. Komm schon. Da haben wir noch einen. Holy shit, das ist echt unmenschlich. Ja, ne, ist klar. Ich glaube, der hat ordentlich was genommen, damit er die Geschichten erzählen kann. Ziemlich kreativ. Schnell, der Typ. Aber es war so, dass ein Läufer in der thinne Luft geschehen hat. Schnell, der Typ. Never did find him. And never did collect my god damn bounty. Wow. Der hat winzig. Thank you, darling. First hand. Those Daltons were lawmen once. Before they all went bad. Robbing banks and trains clear across the territory. Until Coffeyville, of course. I was one of the citizens who took up arms that day. Fighting on the side of the riot. I did my best, sir. We all did. Wow, die Brüder haben damals extrem viel Scheiße gebaut. Man nennt mich den Kopfgeldjäger. Das wissen wir natürlich zu verhindern. Aber erst in Ruhe upgraden. Mh, dann nehm wir den da. Ähm. Schnell wie ein gehölter Blitz. Ja. Jetzt kommt es kurz an den Kopfschüsse. Oh, die sehen die alle gleich aus. Ich schieße, dass die Daltons direkt weg sind. Before they could get away, half the town took up arms. Yeah. Was gibt's? Ich schieße tatsächlich gegen das Metall. So viel Pech. Nächste Chance. Hell ja. Drei Headshots. Die Brüder haben gemütlich für ihre Stupidität. Aber jeder weiß, dass sie es kamen. Es gibt mehr zu dem, als das. Ich habe alles über den Tag gelesen. Also weiß ich für ein Fakt, dass es sehr anders ging. Jetzt bin ich gespannt. Mehrere Geschichten auf einmal? Nicht schlecht. Natürlich. Ich bin nicht so stolz, dass sie ihre Stupid aufbauen. Ich bin da alleine, um die Stupid zu befinden. Da mal los. Ein von den Marschallern schiefst, woher geht's? Bist du verrückt? Hey, woher denkst du, dummer? Das Riffle ist mir. Aber er hat mir gebraucht. Er hat mir gebraucht. Er hat einen Weg gesehen, um nach hinten zu den Banken. Was für eine Hammer-Aktion. Genauso kriegen wir die. Moment, ich kann doch mal upgraden. Tatsache. Hm, werfen und schießen. Coole Sache. Irgendwie mehr für das Gewähr, als für die Schottgang. Holy shit, was war das denn? Hier können wir rein. Das geht's. Bam. 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 Einer fehlt doch noch. Das war alle. Das hat sich gelohnt. Ins Gesicht. Du auch, du auch, du auch. Nicht schlecht. Wir haben schon schnell am Abzug, die Viecher. Nicht wirklich präzise. Ja, hier ist keiner mehr. Ach, du Scheiße. Wow. Da muss man schnell reagieren. Wirklich extrem schnell. Zack. Zwei. Drei. Blank, blank. Wir kamen wegverteidig. Wir haben die die thiebende Dumpfels. Okay, noch ganz schnell die Munition. Noch ein bisschen. Dann treten wir den in den Arsch. Beziehungsweise schießen wir dem heftig in den Kopf. Puh. Was geht's? Eins. Drei. Drei. Sein Name? Silas Greaves. Und wenn die Schott endlich zettelte, war er der letzte Mann, der stand. Sorry, kid. Aber that just wasn't the way it happened. Okay, noch eine Geschichte? Es war early evening, not high noon. Okay, und noch mal ein Szenario. Jungs. Jungs. Es blusas.